Warum brückst du jetzt und sagst nix Bescheid, ha? Weil ich doch Bescheid du leid. Mittlerweile so. Die Gemeinde, diesmal geht's Richtung Süden. Ey, wo ging's denn sonst lang? Keine Ahnung, ich steh doch da oben. Ich steh doch oben in der Ecke, du Palin. Ey, ich weiß, dass ich nicht lesen kann, aber... Das war gut. Oh, ja. Sonst war es immer was Gutes von dir. Oh, jetzt kommt gleich ein Video. Oh mein Gott. Ruhe im Kino. Jo. Ja. Boah, ist das Boot laut. Nö. Doch. Guck mal, was da ist. Aber keine Munizondi hier rumliegt, ne? Ey, guck mal, was da ist. Die Brautpfanne. Ja, der nimmt sie die doch. Nein. Und wir nächen die hier. Wow. Oh, der ist ja auch. Können Zombies in Jets fliegen. Wollen wir? Ja, ne? Naja. Weiß nicht, Leute. Keine Ansagen mehr. Es gibt gar nichts mehr heute. Nö, nö. Abgesperrt. Doppel W, Alter, damit ich rennen kann. Ach, SRG erhöht die Genauigkeit beim Schießen, wenn du SRG drückst. Ach, nee. Wusstest du nicht. Du weißt, warum ich mich immer hinknie, damit die Ollen, äh, und damit Rochelle und mich nicht immer treffen so oft. Aha. Das ist mir, hab ich das letzte Mal schon gesagt. Überhaupt nicht zugehört. Das war klar. Wir haben auch. Doch, dadurch, boah, warte mal. Die Mausempfindlichkeit ist eigentlich ganz geil. Man braucht hier nicht zuhören. So. Guck mal, ich stelle die mal noch ein bisschen schneller ein. Moment. Naja, mach das mal. Nö, nicht push the talk. Oh, oh. Na, mach mal eben. Den drauf aufpassen. Meiner. Mach das nochmal höher. Ja, mach. Bewegt deinen Arsch. Okay, das ist fast zu schnell. Natürlich trödelt Fleisch gleich wieder. Man, man, man. Ist doch nix Neues. Okay, ein Faktor ist, okay, ist geil. Ist das geil. Ist das geil? Boomer, warte. Wo? Lass den vor der Tür kommen. Ja, das war klar. Bleib hinter uns. Ja, ja. Hab ich gut gemacht, ne? Wie immer. Ja. Muss er. Ey, das war meiner. Das war deiner, hast recht. Händen Splitter. Hä? Was? Willst du mich verarschen? Der Mausfaktor, Alter, das ist voll geil. Mit Beschleunigung. Ja, toll. Ja, ich seh schon, wo's lang geht. Aber ich bin... Guck mal, ist da hinten noch was gewesen? Weiß er nicht. Guck mal hier, ne? Man weiß ja nicht. Irgendwo. Da ist er. Oh, jo, jo, jo. Jo, jo. Ja, ja. Ja, denn da... Bzw. tut ihm was Richtiges. Irgendwie... Nervengeist. Er hat sich da fast runtergeschubbt, ihm, ne? Äh, das ist okay. Schubst du nicht heute nicht mehr hier runter? Ich wollte doch... Oh, ich wollte doch mal einen Bulli springen. Okay. Wow, Tank. Schadenschäge. Oder Schadenschäge. Wow, Gott sei Dank, ey. Tank. Ja. Können wir die mal hier loggen? Ja, ne, wieso? Weißt du das? Weiß, hab ich da extra gemacht. Ey, Zombie. Wird dann mittlerweile nicht immer einfacher. Wow. Malka. Ja. Bleib mal hinterm Zaun, Junge. Oh, ja. Ich will eine zweite Pistole nehmen. Ah, siehst du, guck. Na, geht doch. Oh, lass mal... Ne, lass da nicht langhängen. Komm hier mal wieder. Findest du? Lass mal gleich hier direkt durchgehen. Na ja. Was machten dann? Aber noch still, ne? Hier, etwas? Momentan, ja. Switch. Wo? Hier um die Ecke. Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, ja, mach Licht aus. Ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Alter. Aber die ist auf dich losgegangen eben, ne? Ja, ich hab die angeschossen. Ich auch. Nicht nur du. Komm, Rochelle oder so, halt mich mal. Oh, wo ist er? Da, er ist schon tot. Ich werd meinen Pack nur nicht einsetzen. Soll mal irgendwie Rochelle oder so sich mal... Ja, da kommt sie doch schon. Bleib doch mal stehen. Mach ich doch. Hab's doch gesehen. Bei unseren Pack sind wichtiger. Kaff, kaff. Oh. Geweckt da. Bratpfanne? Bratpfanne. Stimme zu kriegen. Die weckt man, das ist meiner. Meiner. Arschgeige, Alter. Du fremst mir auch immer noch voll im Weg, ne? Hi. Nicht mit dem Pumpgun. Ach, ja. Aber nix besonderes. Nur Waffen gewesen. War irgendwie keine Mutti, ne? Oh, warte, was hab ich jetzt für ne Waffe genommen? Ich hab jetzt zu wenig Munition. Ja, wahrscheinlich lag die da so rum. Hä, hier sind nur 24 drauf. Okay. Tod ist der Jockey. Was machst du da? Ach, Nick bestimmt hat bestimmt seine Waffe ausgetauscht. Hat er auch. Mit dem ich schön fürs Zolle nehmen, ja. Oder Rochelle hat irgendeiner, der hat ne Shotgun auch. Nicht auf das Auto schießen. Welches? Auf das da? Schreit doch mal an Gedanken. Wolltest du auch rausschießen? Na klar. Hast du ruhig gefragt, ob welches? Achso. So wie letztens, ne? Ja. Boah, beide Waffen waren nicht nachgeladen. Jetzt kommt der Zaun davon. Ach, wie war es euch, man? Ach ja. Ausglitter. Nice. Nur noch meine Zweihandwaffe. Wie, alles Rest leer? Ja. Ja, da war doch, äh, hättest du mal austauschen müssen nach vorne die Waffe. Nee. Die haben beide ausgetauscht und da war keine Muni drauf. Die haben ja nicht beide ausgetauscht, das ist ja das Problem manchmal bei den Kais. Ja. Komm, schieß nicht auf mich. Meine Güte, ey. Wenn die dumm sind. Lade, lade! Oh, scheiße. Vorsicht! Jetzt schon wieder. Wollen sie nicht? So, wir sind lang. Lade nach! Hier rein. Wo? Ah, da. Lade! Ah, geh mal in unten. Nehmen Sie uns. Ich kann gar nicht hoch. Mollo, 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 Moodi. Moodi, Moodi, Moodi. Ah, endlich mal wieder eine Shotgun. Wuhu. Nice. Hey, cool. Oh, mach mir nicht Angst. Die voll ist. Ah, guck mal, hier sind Moodi-Packs. Ich heil mich. Ja, aufladen, ne? Ich muss mich heilen. So. Ich glaube, ich werde auch noch... Du hast auch eins mitgenommen, ne? Ja. Weißt du mal, was ich mache? Komm her, Nick. Warte, ich kriege dich hin. Ich glaube nicht, dass Rochelle noch eins nimmt. Ne, ich heil sie auch noch. Du merkst was, ne? Ja, wenn die jetzt kommt, dann schmeiß sie das ein irgendwo schnell hin. Nimm mal schnell. Du merkst was, ne? Ja. So. Wir sind hier voll in den Schiffen. Ja. Habe ich auch ganz schön spät erst gesehen eben. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur so ein Raum. Mhm. Komm mal, Nick. Warum? Keine Ahnung, ich stand direkt neben mir und er hat direkt draufgeknallt. Keine Ahnung. Der Park. Ja, ich musste nachladen, das war das Problem hier. Also ja, hier musste ich auch noch... Ui. Komisch, ey. Guckst du, sonst steht das doch immer Safe Room aktiv. Ja, aber dann da sieht man nicht. Ne, wundere ich mich eigentlich. Aber, überleg mal, hier liegt ein Muni rum. Hier sind Waffen. Ja. Hätte man eher draufgekommen können, ich weiß. Ja. Na, aber manchmal liegt es auch einfach so rum. Mhm. Ist so oben eigentlich noch was? Ne, ne. Jetzt können wir hoch. Bzw. Vorher ging es gerade nicht hoch, hier war schön was. Guck mal, jetzt geht nämlich die andere Tür offen, siehst du? Ja. Alter, Rochelle. Wow. Geil, Polizeiknippel. Komm. Ja, guck mal. Da kommen sie alle. Ach, wie hier. Ja. 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 Oh, die sind aber ein bisschen weit geflogen. Mhm. Geil. Lade nach. Geht das jetzt arg. Lade nach. Lade nach. Boomer. 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 Booster. Jockey oder Hunter. Das ist ein Jockey. Bitteschön. Und da kam Hunter, den ich auch gleich noch abgeschossen hab. Hast alle in die Puma-Kotze gelockt, ne? Ja, ja, klar. Und nicht. Ist auch gut so. Ein bisschen kann man noch nachladen. So. Warte mal. LADE NACH! Vorgeschrien eben. So, das ist auch meins. Da geht's nicht rein. Nee. Okay, wohin? So, gehen wir getrennt durch oder wirklich gemeinsam? Gemeinsam, hallo? Angst? Nein, aber trotzdem. Geh doch näher dran. Fröhliche Weihnachten überall. Sehr zu gierige Affen, ne? Ja, klar doch. LADE NACH! LADE NACH! LADE NACH! Was ist das für ein Sniper? Oh, 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 oh. Fett. Bin ich ja voll dafür. Ich hasse die Callis trotzman Brothers, die dich immer abschießen. Finde ich gar nicht. Riecht doch gar nicht schlecht. Ich bin im Klo drin. Den haben, Hunter. Meiner. Der eine Hunter war ja meiner War da irgendwas drin? Ein Klon? Nö Eine Bratpfanne Ja, eine Bratpfanne, toll Bei den Weibsen? Auch nix Nö Dann, warte, ich will eigentlich durchgehen Ja, ist klar War ich nicht T.S. Spend Hätte ich auch gesagt Hörst du das? Musst du? Warte Ach da Nick, du Bastard Sie ist tot, wow Alter, Nick, ey, der wäre nicht davor gegangen Nice, kalt Toll Ja, Jungs, du seid hier, hallo? Hier drin noch Da sind wir doch Ja, toll, ich hab nix zu sehen Ich lade Weg Hau ab Ich lade Ich lade Was ist das hier? Wiss ich nicht Messer Am Arsch Was? Slippelstück? Oh, hier ist da oben ne AK Ja, obwohl ich das Sniper eigentlich geiler finde Obwohl, ich bin fair damit So Ich hasse das Wenn die einen hinter einen stehen, ne? Weiß Hörst du das? Achso Ja, sie hat auch noch den Splitter getroffen Ich lade nach Geh mal noch kurz in die Mitte, vielleicht ist da irgendwas Warte Ich komm lieber mit Hey, Munition Hey, Munition Hier ist ein Jockey Oh, wo ist er? Weiß er nicht Bitte Okay Wow Kann man irgendwas mit dem machen? Ne Wenn wir nur ein Pferd hätten Ich liebe Pferde Ich liebe Pferde Schon mal ein Pferd gegessen? Naja Tämlich sowas, ehrlich Meiner Joga, Alter Ich wollte den grad von hinten wegsnipern Was hast du für ne Waffe genommen? Wieso? Ganz normale Guck mal hier So nah hab ich Achso, die AK Hm Naja, ist ja gut Äh, wer ist Da sind Midi-Packs Gesehen Ne, warte mal, wen heilen wir denn als erstes? Ich heil mich Ich heil mich Scheiße, Kopf Nick hat eins genommen, ja, ist gut Hey Ja, das reicht Toi, jetzt hat sie das genommen Wie behindert ist die denn? Ja, egal, die heilst dich, dann halte ich schon Ne, sowas Bei sowas können die aber quatschen, ehrlich Autsch, ja Da bist du den Jockey zu bekommen Schon gemerkt Die werden ja wohl durchgeleitet Die werden ja wohl durchgeleitet Die werden ja wohl durchgeleitet